Händling ist schon irgendwie fündig, ah nicht vorher, war vorher schon in der Mitte. Soviel die Karre fährt aber wieder gerade. Wahrscheinlich die Rempler so gezogen, dass die Karre schon wieder rückruhend schief fährt, dass sie sich wieder gerade nicht fährt. Was für eine Kurve, ne. Fahrlaut ist besser, außer für das hier. Nicht empfehlenswert. Aber nicht so spannend, finde ich erst. Also ich schieße mein Auto jetzt mal auf. Die letzten 10 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 2, 1. Wunderschön. Das Auto natürlich nicht wunderschön. Guck mal, du fährst irgendwie schon ganz komisch wieder. Du hast eine starke Leistung. Das ist die lange Zeit. Das ist die lange Zeit. Okay. Was auch immer. Alter, Verräter. Ich möchte mit allen Fahrzeugen, wenn, dann schon starten. Also ich hole mir jetzt die anderen beiden Fahrzeuge nochmal. Audi. Stylische Farbe auf jeden Fall, muss man sagen. Audi stand gar nicht zur Auswahl, dass man den überhaupt wählen konnte irgendwo. In Hongkong erwarten dich ein paar technisch anspruchsvolle Passagen. Bleib immer konzentriert. Audi, er ist 5, ey. Schickes Auto, ob ich jetzt heute vom Soundteller... Spoiler ist auf der Seite. Ist der wieder jetzt gefahren? Ich habe nicht oft gehabt. Ein sehr geschmackvolles Auto, auf jeden Fall. Von dem Fahren her auch wirklich. Einfach geschmeidiges Fahrzeug. Kurven total stabil. Driften, wenn man es möchte, geht auch leicht. Ich fordere das jetzt noch nicht heraus. Schick das in Audi RS, einfach in Audi RS 5. Ist ja auch noch nicht so alt. Das muss man in Audi RS machen. Dieser nicht gekonzentriert. Zick kann ja ein bisschen verschrammt sein. Ehrlich haben wir nichts. Das ist so ein Verschleiß. Aber so eine Rampe, so ein Bremplatt, wo es sich gleich verzogen. Das ist nicht verteidig. Wieder eine Tankstelle vorbei. In die Sonne. Wir sehen die Strecke kaum. Die Sonne blendet uns. Wir gehen jetzt mal auf die kleinen Rampe, hier. Normal. Das ist ein Auto-Rennen. Das ist ein Verschleiß muss gerechnet werden. Alles ist austauschbar, außer ein Motor. Das ist natürlich sehr teuer. Der RS 5 Coupé. Nicht schlecht, Herr Specht. Versuch dein Glück mit deiner Fahrzeug-Challenge. Du hast nichts zu verlieren und könntest dir ein neues Auto für die Rennen haben. Na, was kriegen wir jetzt? Ah, es ist der Mazda. Auch nicht schlecht. Den holen wir uns jetzt auf jeden Fall auch noch, den Mazda dazu. Der fehlt in unserer Kollektion. Der kriegt da noch seinen Platz. Der Großteil der Strecke geht Vollgas. Du musst viel Mut mitbringen. Viel Mut? Boah, wie tief hab ich sie denn jetzt. Rein weiß? Nein. 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 Von hinten sieht der Mazda halt echt nicht wirklich hübsch aus. Das hat man hier nicht. Zeit ist Geld oder Zeit ist... Weil Geld ist einfach so. Können wir das mal nicht brauchen. So, haben wir uns einmal Aldo Autos geholt. Die ist in dieser Saison zu erreichen. Klassik. Schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Betrachte die Promo-Events als Belohnung für die Motorsport-Fans. Wenn du eine gute Show hinlegst, kannst du dadurch deine Bekanntheit steigern. Oh, was ist das denn? BMW 920 Touring Car. Fahrzeug anzeigen. Kann man uns das irgendwie mal angucken? Das sieht hier echt nicht schlecht aus, muss man sagen. Nicht schlecht. Schickes Auto und wir dringen damit jetzt eine Runde. Ja, steht auf Grip. Ja, selbstverständlich. In Yass Marina ist jede Kurve einzigartig. Bleib voll konzentriert. Ey, wie hat der denn seine Auspuff jetzt? Er verteidigt seine Position gut. Du musst tief in die Trickkiste greifen, um ihn zu überholen. Ja. Wenn du weiter so fleißig überholst, hast du den Sieg sicher. Das zieht mich auch wieder. Er verteidigt aber wirklich heftig, ey. Ist ja ordentlich anziehen, wenn du da bist. Die Pointe gehen nur so runter, wie das man hier hat. Die Gegner sind da, um überholt zu werden. Gut gemacht. Das meint doch auch. So, deswegen haben wir jetzt hier gerade kurz abgekürzt. Mir sind hier doch sehr wichtig. Du schaffst das. Er kann dir nicht das Wasser reichen. Jetzt, ob ich das Wasser reichen kann, da wäre ich mir nicht sicher. Das ist doch ordentlich aufs Bild. Letzte Runde. Gib alles, was drin ist. Alles, was drin ist. Alles, was drin ist. Da kann man versteckt, dass es ruhig war. Da kann ich vollkommen raus. Dann wirklich ein schöner Zufall. Schöner Speed. Schöner Punkt, wie die hochrattern. So. Ich konzentriere gerade hier dabei. Das wäre hier ein schönes, augeres Rennen über die Bühne drin. Ja, Kollision. Du hast mich gerammt, du. Du Hund, du. Die sind gerade wieder sehr weit auseinander. Das rennen wir auch gleich voran. Das ist jetzt die Linie oder so? Oder die? Die, jawohl. Ein schönes Rennen dahin gelebt. Gute Arbeit. Du hast das Ziel geknackt. Boah, 47.000. Was war dir denn am Anfang so gut? Weil er doch kaum noch Punkte macht. Da haben wir aber ganz schön schnell davon gesehlt. Ey, aber wirklich. Hat weniger Fans dazu gebracht. Weiter so. Dadurch haben wir viel wohlverdiente Publicity bekommen. Gut, dann machen wir hier mal wieder ein kleines Päuschen und sagen dementsprechend mal, sehen wir uns nächstes Mal, denke ich mal, nehmen wir an unser WSR teil oder wir starten noch die letzten Rennen. Lasst uns überraschen, Leute. Bis später. Tschüss